ja hallo und willkommen zurück bei let's play dmc ja wir sind hier stehen geblieben haben natürlich voll viel verkackt beim vorigen part tut mir leid ich bin echt blöd grad im zocken ich weiß nicht ja wir haben jetzt ein bisschen laden gekauft halt aber ja ein paar goldene kugel umsonst verschwendet ich muss mich wieder ein bisschen einspielen ein paar moves dann auch nicht wirklich funktioniert also ja nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter ich bin starker ich bin schlauer ich sehe besser aus das ja miese spruch ja zum glück habe ich ein video gesehen gehabt dass hinten noch teile sind und grün ein stern ist immer gut ja ich weiß nicht ob ihr es mitgekriegt habt jetzt oh ok what the fuck was ging jetzt ab was ist los sie wissen dass wir kommen ach ne was sollten wir doch gleich tun alles klar kannst du den ersten teil wiederholen ach so dass du die vier vier ecken hier an die arbeit ja gut von mir aus ah spinnen wieso seid ihr zu doof aufgetaucht generatoren anwerfen alles klar das wird bestimmt nicht einfach so hier mal ran ziehen und das war's und ne das wird bestimmt ein kampf schick ok 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 hallo was soll der scheiß Orbis ok 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 geht doch nicht runterfahren ja für die die es noch nicht mitgekriegt hatten ich besiege immer lieber den roten weil der schneller zu besiegen ist weil natürlich die feuerfäuste mehr schaden machen aber das dürfte jeder gemerkt haben weil immer 2 gegen 1 ist immer unfair jedenfalls hier ok ich bin alles auch unfair aber ja super das ganze viermal was hallo mach halt das teil da oben geht doch man kann ja nicht gezielt irgendwie schießen oder so n scheiße ich kann ja glaube ich zwischendrin mal ein bisschen aus der tür vielleicht zu einer elfenbein oder silber oder was soll ich haben ich komme jetzt wieder hier hoch achso da rüber denke ich mal ich hoffe nein ah doch ich komme jetzt wieder hier hoch achso da rüber denke ich mal ich hoffe nein ah doch kommt sogar so weit mal schauen wieder spinnen silberschlüssel gut dann schauen wir uns die mission nochmal an silber imposanter triumph töte einen titan innerhalb der zeit ach die fücher ok da kommt schon geschafft ha ach toll jetzt kriegen wir auch noch solche dinger super hochstücke dämon-triebkreuz alles klar ja leute ich werde mal folgendes tun ich werde mal das jetzt ein paar mal machen wenn es euch zu langweilig wird ihr könnt gerne vorspulen oder sonst was bis ich dann fertig bin weil ich will einfach mal ein bisschen ob es hier dinger sammeln ja 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 für ja also dann verdammt noch mal ja gut viel gibt es da nicht scheinbar ich mache es jetzt nur einmal und dann mache ich einfach weiter wird schon soweit lang hoffe ich mal ja gut lassen wir das hier und machen weiter wo wir hinwollten ich glaube da war das was soll kann er so runterlaufen eigentlich ja genau ist eine andere seite rum das kommt jetzt für ein Viecher stopp auch nö ja 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 das wäre das auch erlebt wieder mal mit mühe und not ach was ist denn leute ist aber ganz schön knapp gemacht habt ihr ja gesehen hier ist echt fast bis zum rand ich hab die falsche waffe gehabt nein lieber die hier besser auf jeden fall für andere gegner soll ich die leitung verbinden und sammeln wir lieber mal für goldene kugel oder und da sind wir gekommen gleich hier weiter gut gut machen was nicht so aus ja also wieso ist scheinbar bei der statu da gespeichert weil wir eingekauft haben speichert er eh immer aber da oben ist eine Seele sehe ich d der es werde ich schnell Nered man glaubst du das das war 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, war klar. Ja, ist ja gut. Hoffentlich ist es echt gespeichert. Ja, gibt es sogar an der Stelle, alles klar. Sparen wir uns auf jeden Fall einen Stein und... Sparen wir uns auf jeden Fall. Sparen wir uns auf jeden Fall... 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 Hallo, ich komme wieder an, ich komme wieder an, ich komme schon fort. Da war noch viel mehr, was ich ausgelassen habe, das kann nicht daran liegen. Puh, ich drücke mal einen falschen Knopf. Das war noch einer. Wisst ihr, woran mich das hier erinnert, mit diesen Steindingern und den Zeichen? Das erinnert ein bisschen hier an den Film, das fünfte Element. Kennen bestimmt viele. Mit Bruce Willis unter anderem. Okay, da oben ist auch ein Schlüssel. So, wie kommen wir bitte da ran? Könnte ein Elfenbein sein. Hä? Kommt man von der anderen Seite ran? Oh je. So, guck, da komme ich ran. Da kann ich aber die Rausch springen aber. Nee. Pentagram. das ist schon das schönste zum schluss schluss Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, Puzzle hier oder was? Aha, ich muss die denn da irgendwie hinbringen und zwar jedes an den richtigen Platz Toll Das da hin Du hast da hin Ach, kommt schon Ja, ich muss die denn da hinbringen Mach so, damit wir es nicht hier vorrutschen Ja, ich muss die denn da hinbringen Ja, ich muss die denn da hinbringen Und fertig Gut Du weißt, was du tun musst Wir müssen einander folgen und ganz vertrauen Absolut, ohne zu zögern Wir sind schließlich Brüder Gut, äh, wir haben gerade ein Ja, knapp drüber sind wir jetzt gerade Mit der Zeit Ähm, wir machen hier kurz einen Cut Und dann sehen wir uns gleich Ich wollte, äh, wieder Ich wollte, äh, wieder Zögeln, mein Ende zu setzen Alles klar So, also bis gleich, Leute Und, äh, wieder, äh, wieder them off.